So Leute, ratet mal, was wir heute haben. Eins, zwei, drei. Geburtstag! Juhu, jetzt müsst ihr nur noch raten, wessen. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday. Geschenke sind da hinten auch schon versteckt. Und Kerzen und eine Minionsporte. Und noch ein bisschen Zubkuchen, der sehr komisch aussieht, sehe ich gerade. Was es nicht alles gibt. So, sieht die Minion-Torte dann ausgebackt aus. Das ist jetzt das zweite Jahr am Stück, dass ich eine Minion-Torte kriege. Ist das nicht schön? Ja. Ja. Und jetzt stechen wir wie jedes Jahr dem Minion das Auge aus. Armer Minion. Ja. Action. Jetzt zünden wir die Kerze an. Ah. Sehr schön. Wir singen dir ein schönes Lied, weil dir das Freude macht. Sogar ein bunter Blumenstrauß schmeckt heute deinen Tisch. Und wenn du ihn ins Wasser stellst, dann bleibt er lange frisch. Und wenn du einen Kuchen hast, so groß wie Marmorstein und Schokolade auch dazu, dann lad uns alle ein. Puste ich jetzt auf? Ja. Sehr schön. Jetzt hebe ich ihn wieder an. Und das zerfällt genauso wie jedes Jahr. Oh, sehr gut gehalten hat er sich. Smarties. Oh, sehr gut angeschnitten. Oh, sehr, sehr gut. Ja, das sind Smarties noch meine. Kauft auch Minion-Torte. Fast geschenkt. Für nur, was wird die Kosten? Acht Euro. Acht Euro. Acht Euro, das ist fast gar nichts. Ich weiß nicht mehr, was das kostet. Ich lasse, was einfach von meiner Mutter mitbringt. Dazu sind die ja schließlich da. Soweit. So gut das war. Warte, jetzt etwas Schönes sagen. So sieht das Ganze dann ausgeschnitten aus. Hab geschnitten aus. Umgeschnitten aus. Pascal, Geburtstag. Ja, und dazu. Ach, übrigens, ich wollte den Zuschauern noch sagen, wie alt ich heute geworden bin. Ich bin heute 29 Jahre alt geworden. So. Und so sieht mein Stückchen aus, was ich mir jetzt einverleibe. Willst du das sagen? Du kannst das immer so schön. Was soll ich sagen? Wir gucken mal schön. Das ist noch der Krupp. An. Genau. Wir fühlen uns heute besonders geehrt durch euch. Durch die Anwesenheit jener Menschen, denen wir dafür danken, dass sie diesen Paniken für uns gefunden und uns vor dem sicheren Untergang bewahrt haben. Auf dem Geburtstagstisch haben wir jetzt meine Geburtstagspizza. Die hat die liebe Nessie für mich gemacht. Nicht wahr? Die liebe Nessie. Ja. Und ihr habt das sicherlich auch. Oder schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch eine liebe Nessie habt. Die für euch so etwas macht. Inklusive Geburtstag. Oh. Happy Birthday to me. Happy Birthday. Happy Birthday to me. Happy Birthday. Lecker. Den will man das kuchen. Ja. Das Ei finde ich besonders gut gelogen. So mag ich. Alles gut durch. Das ist eine. Soll ich das sagen oder willst du? Brokkoli. Blumenkohlpizza mit Ei. Und echter nicht. Salami, Salami. Wie Salami eben. Das Ei ist gut. 20 Fotos wert. Das Ding ist ein Foto wert. Die hat eine Schärfe. Kauft euch bloß alle das A41. Das ist so viel schärfer als das A51. Ich drehe durch. Ich drehe durch. Und das Wort die große Liebe ist, wenn Ei so kross gebacken ist. Und aktuell gucken wir übrigens. Chaka. Der Rand schmeckt köstlich. Gefühlt mit Käse und Soße. Um euch nicht dumm sterben zu lassen. Das da ist Chaka. Chaka. Ihr wisst, wer es ist. Jetzt öffnen. Moischenk. Ja, ich habe mehrere Kuchen und zwei. Und ein ganzes Bitterblech. Oh Gott, das ist so horrores. Ja, was könnte das sein. Wer will es denn sein? Hm, 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 hm. Ui, ui, ui. Das ist nur aufpassen hier. Geh, aber eine Art Wissigkeit. Das machen wir ja die Videos. Vorher erwarten. Vorher wissen. Das ist auf jeden Fall nichts heftig. Oh, was soll ich jetzt hier verpackt mal wieder. Ja, das ist aber schön. Da freut er sich. Ja. Das ist... Keine überflüssige Materie. Ich fühle das zweite Paket und es fühlt sich nach was Verschiedendem an. Ich tendiere Richtung Süßigkeiten. Ja, wartet mal, was das ist. Video... Das ist doch nicht schlecht. Video Stop drücken. Hinschreiben, was es sein könnte. Und dann wieder auf Play drücken. Mhm. So. Nach einer Stunde habe ich jetzt den Knoten geöffnet. So, genau. Ganz kurz bevor wir es öffnen, beenden wir das Video komplett. Wir lernen das nie anfangen. Ach, hell. So. So, die hier sonst auch nicht wegpassen. Wir lernen übrigens richtig das Paket anfangen. Uuuuuh. Ups. Papier darf ich ja gut hinzuwerfen. Das geht nicht. Das heißt, dann da drauf liegt, wo man es öffnen kann. So, das packt man dann so nicht ein. Ich habe es bei dir extra beachtet, wie rum ich es einpacken kann. Man reißt ja Geschenke eigentlich auf. Nein. Das macht es ja nicht. Man hebt das Papier auf und verwendet es 15 bis 36 Jahre wieder. Für die Umwelt. Ganz, ganz wichtig. So, 3, 2, 1. Ah. Das ist schön. Das gefällt mir. Das ist echte Gelantine. Ich sehe es jetzt schon. Das ist ein wunderschönes Geschenk. Das ist wirklich ein sehr großes, wunderschönes Recher. Ich habe mir so oft gewünscht, da ihr nie spendet. Da habe ich mir so oft den 100-Euro-Schein gewünscht. Jetzt habe ich eins zum Essen. Und wenn man isst, manifestiert man Reichtum. Das ist geil. Echtes Gold habe ich mir ja schon immer gewünscht. Bitte jetzt spenden. Link in Infokasten. Danke. Ich wusste weder, das ist, weil ich zum Glück nie Werbung gucke, dass Haribo endlich begriffen hat, dass man auch ohne Tierkörper sowas herstellen kann. Und Schlachtabfälle. Und das ist natürlich, ja, das ist richtig geil. Was ist das? Ich dachte, das ist sowas ähnliches wie Herzen. Also sind dann doch gerne Herzen oder Merci oder sowas. Da ist sowas ähnliches. Thank you Milka. Ja, sowas Schönes kriegt ihr nicht geschenkt. Das muss auch mal verstanden werden. Aber das da ist viel schöner. Also da habe ich mich viel mehr gefreut. Ja, Kalorien. Leute, das ist für Minimalisten großartig. Materie, die sich verbraucht und nicht rumlegt, schenkt Leuten wirklich 59 Cent Billigseife, die sich verbraucht. Milch und Honig ist übrigens der einzig chemische Geruch, den ich einermaßen verkrafte. Ansonsten ist alles immer parfümfrei. Seht mein Duftstoffe-freies Waschmittel-Video verlinkt im Infokasten. Ja, das ist schön. Jetzt will ich wissen, was ihr hier von Ciaré kriegt da, falls das auch noch ein Geschenk ist. Ja, das ist noch ein Geschenk. Ah, das macht Pascal Privat jetzt auf. Privat macht das auf? Ja. Ach, das soll ich nicht filmen? Nee. Das ist geil. Dann weiß ich, was es ist. Ein 1000 Euro Schein. Ihr dürft nicht wissen, wie reich wir in Wirklichkeit sind. Ihr beddelarmer Erzieher. Das ist zu 100% eine Zigarre, weil ich habe mir heimliches Rauchen angewöhnt. Und von der Kürze her ist das so eine Gebrauchte von Egon Wilson. Also von daher sage ich an der Stelle mächtig gewaltig, Egon. Man sieht tatsächlich nicht, was es ist, wenn man seitlich reinguckt. Das ist ja grandios. Also das ist vielleicht doch kein 1000 Euro Schein. Na, nicht zu viel leuchten, das Publikum soll das nicht sehen. Auf einer Papyrusrolle steht geschrieben, Gutschein für Pascal. Das wird ein ewiges Mysterium bleiben. Und schreibt jetzt in die Kommentare, was es sein könnte. Und als weiteres Geschenk haben wir noch andere Mozartkuchenarten, die ich noch nie in mein Leben gegessen habe. Auch von meiner Lieblingsfirma Reber, die auch Vollmilch herstellt. Konstanze Mozartkuchen in Vollmilch und konstante Tafelschokolade in Vollmilch. Also die sind wirklich, die haben es verstanden. Das ist bitter, nicht, dass sie rings in Schokolade verloren hat. Und sagt mir doch mal, was ihr davon haltet, dass ihr dies Jahr sehr viel über Geschenke erfahren habt. Auf beiden Kanälen wohlgemerkt. Das machen wir nicht zu üblich. Ich habe viele Weihnachten gar nicht hochgeladen mit Geschenken auspacken, weil es so irrsinnig wäre es, das zu schneiden. Na gut. Konnen ihn anpacken. Jetzt auch auf Kassette. Gut. Auf diesem Spielplatz gibt es ganz besondere Spielgeräte. Nicht nur eine Schaukel und eine kleine Rutsche, wie auf dem Spielplatz zu Hause an der Ecke. Eine Reifenschaukel, einen Delphi-Backelsitz, eine Röhrenrutsche und viele Klettergerüste. Konny rennt sofort zu dem größten Klettergerüst mit Seilen und Netzen. Guck mal, Mama. Da will ich raufklettern. Gut zuhören, wichtig. Den Einkaufswagen zu nehmen und auf das Band zu lösen. Sie hält auch hinter der Kasse die Tasche auf, damit Mama alles besser einpacken kann. Mama bezahlt und schon sind sie fertig. Endlich. So geht das. Bei uns nur Hightech. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.